Punkt 1 hast du schon mal richtig gemacht. Du hast hier auf dieses Video geklickt, denn heute werde ich dir in diesem Video vorstellen, wie du jeden Brawler gratis bekommen kannst und unter anderem natürlich auch den neuen Brawler Otis, jetzt beginnend mit der neuen Season. Trage jetzt bei dir im Brawl Stars Shop Creator Code Lukas ein, um ihn kostenlos zu supporten. Alle sieben Tage musst du den Code neu eingeben. Ja Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja und Leute, ich habe heute ein unglaublich geiles Video für euch vorbereitet. Und zwar, ihr wisst es ja alle, Montag, also am 4.7. um ca. 10 oder 11 Uhr kommt der neue Brawl Pass und auch der neue Brawler Otis. Und ich werde euch heute in diesem Video zeigen, wie ihr den neuen Brawler direkt bekommen könnt mit einigen unglaublich wichtigen Tricks. Und ich werde euch auch noch erklären, wie ihr dann auch noch den neuen Brawler Otis gratis bekommen könnt. Also lasst jetzt auf jeden Fall schon mal einen fetten Daumen nach oben hier auf diesem Video da. Abonniert unbedingt den Kanal und aktiviert die kleine Glocke, um kein R Us Brauses mehr zu verpassen. Checkt auch gerne mal meinen zweiten Kanal aus, den Kevin Spielkanal. Würde mich unglaublich freuen. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir direkt an, ohne lange drum rumzulabern. So Freunde, bevor es jetzt aber weitergeht, vielen, vielen lieben Dank an den heutigen Sponsor. Und zwar darf ich euch heute das richtig coole, kostenlose Spiel The Grand Mafia vorstellen. Schon mal kurz vorweg, ihr könnt euch jetzt schon mal gerne das Game über den Link in der Video-Beschreibung gerne kostenlos herunterladen. Kurz und knapp kann man quasi sagen, dass The Grand Mafia so die Handy-Version von GTA ist. Und ich denke mal, GTA haben sehr viele von euch schon gezockt. Und wie geil ist es denn, dass ihr sogar mit über 40 Millionen anderen Spielern The Grand Mafia dann auf dem Handy spielen könnt. Man kann in dem Game Straßenkämpfe machen, Banken ausrauben, ganze Städte einnehmen und da Chaos verbreiten. Und man kann natürlich auch illegal handeln über den Schwarzmarkt. Also man kann hier schon echt viel Mist bauen. Ein echt cooler Aspekt aus dem Spiel sind die sogenannten Fraktionskämpfe. 20.000 Spieler kämpfen da drum, die Macht in einer Stadt zu ergreifen. Tretet gerne auch mal meiner Fraktion bei. Ihr seht auch hier den Hashtag, die könnt ihr dann einfach suchen. Also, worauf wartest du noch? Komm doch gerne mal vorbei. Lade dir The Grand Mafia über den Link in der Video-Beschreibung runter. Benutze auch gerne den Code, den ihr jetzt hier eingeblendet seht. Für ein richtig cooles Gratis-Starter-Paket im Spiel. Und für weitere Codes schaut einfach mal in den Fraktions-Chat rein. Dort schicke ich euch dann bestimmt auch mal ein, zwei Codes vorbei, die ihr dann einlösen könnt für weitere coole Geschenke. Also, let's go! Start in dein kriminelles Abenteuer und viel Spaß beim Zocken. Also, Freunde, ich bin jetzt hier gerade auf meinem Hauptaccount. Und wenn wir jetzt hier einfach mal in den Brawl Pass reingehen, dann seht ihr hier. Wir haben aktuell hier diese Jäger-Quests am Start. Die Jäger-Quests sind 8 Kämpfe gewinnen und dann bekommen wir 500 Punkte. Die Quest ist jetzt aktuell im Spiel und beim letzten Update war es auch so, wo Bot Drop reinkam, dass diese Quest dann auch nach der neuen Season auch direkt nochmal im Spiel drin war für eine längere Zeit. Das heißt, wenn ihr die Quest jetzt hier gerade am Start habt, macht sie unbedingt jetzt. Weil wenn ihr die jetzt abschließt, dann bekommt ihr die Quest ziemlich sicher am Montag, am 4.7. nochmal neu. Denn das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Ihr könnt den neuen Brawler Otis nämlich nicht direkt freischalten. Ihr müsst erst bis Stufe 30 spielen und das Ganze ist am schnellsten mit Quests. Kommen wir zu Punkt 2. Ihr solltet möglichst viele Brawler schon auf eurem Account haben. Also, mein Main-Account ist natürlich das beste Beispiel. Hier kann ich nur noch Otis ziehen. Heißt, wenn ich dann ein Opening mache nach der neuen Season am 4.7., dann werde ich höchstwahrscheinlich auch Otis relativ fix ziehen. Ein schlechtes Beispiel hierfür ist zum Beispiel der Account hier von mir. Hier ist zwar schon ein legendärer Brawler am Start, aber hier gibt es noch so viele Brawler, die ich vorweg freischalten kann. Das heißt, wenn euer Account so aktuell aussieht und ihr noch sehr, sehr viel ziehen könnt, dann ist das schon mal eine relativ schlechte, sorry, wenn ich sagen muss, Voraussetzung, um den neuen Brawler zu bekommen. Weil ihr werdet dann sehr, sehr wahrscheinlich erst mal alle anderen Brawler der Seltenheit davor ziehen. Die alle werdet ihr vermutlich dann vorweg ziehen. Jetzt bin ich hier auf einem Account, wo ich schon ziemlich viele Brawler habe. In dem Fall hier 37 von 57. Und gehen wir jetzt mal von dem Fall aus. Ich habe auf diesem Account wirklich alle Brawler. Heißt, ich habe jetzt aktuell 55 Brawler. Und mir fehlen nur noch Eve und Janett. Und ich möchte gerne Otis haben, wenn die neue Season beginnt. Dann solltet ihr folgendes machen. Spart am besten eure ganzen Sachen, die ihr hier habt. Wenn ihr jetzt unbedingt Janett oder Eve auch gerne haben wollt, dann macht nicht jetzt ein Opening. Sondern gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt hier Janett noch nicht und möchte sie unglaublich gerne auch haben. Dann würde ich jetzt noch bis Montag warten. Hier am besten noch so viele Quests wie möglich spielen. Und diese ganzen Boxen erst dann aufmachen am Montag, wenn auch noch Otis draußen ist. Weil dann habe ich die Chance, entweder Otis zu ziehen oder Janett. Oder wenn ich ganz viel Glück habe, sogar beide. Weil jetzt würde ich dann halt einfach die Wahrscheinlichkeit verschenken, auch Otis zu ziehen. Ihr seht hier jetzt mal ganz kurz ein Beispiel dafür, wie ich Janett beim letzten Mal unglaublich schnell gezogen habe. So, komm schon. Super Sagan. Ah, warte mal. Jetzt aber. Nee, immer noch nicht. So, aber immerhin einige Ausrüstungsmarken. Das ist ganz nice. Oh. Oh. Let's go. Ich schwöre, es war die fünfte Box. Oder? So, Freunde. Wir sind bei Punkt Nummer 4. Ich bin jetzt hier auf meinem alten Free-to-Play-Account, wo ich mir einen Brawl Pass schon mal Free-to-Play erspielt habe. Wenn ich jetzt den nächsten Brawl Pass auch unbedingt haben wollen würde, dann würde ich jetzt die nächsten zwei Tage nochmal dafür nutzen, hier möglichst viele Gems mir noch zu erspielen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das reicht. In diesem Brawl Pass hier sind zum Beispiel 70 Gratis-Gems drin. Das heißt, wenn ich jetzt aktuell 97 Gems hätte, den Brawl Pass komplett durchspielen würde, dann hätte ich 167 Gems. Und dann könnte ich mir im nächsten Brawl Pass, jetzt zum Beispiel auch sogar mit 265 Juwelen, einfach den Brawl Pass kaufen. Allgemein, der Brawl Pass ist die beste Investition, die ihr machen könnt. Denn der Brawl Pass hat einen 13-fachen Wert. Und natürlich, Freunde, auch ganz wichtig, wenn ihr euch den Brawl Pass kauft, tragt auf jeden Fall Creator Code Lukas ein, um Lukas kostenlos zu supporten. Und jetzt sind wir auch schon beim vorletzten Punkt, und zwar wartet auf krasse Sonderangebote. Jetzt zum Beispiel haben wir noch sehr, sehr heftige Sonderangebote im Shop drin, wo ich das Video aufnehme. Oder zum Beispiel hier, ihr seht hier auch einfach mal der Brawl Pass auch nochmal im Shop als Angebot. 13-fachen Wert. Das ist wirklich, wie gesagt, ihr seht es auch hier nochmal, beste Investition, die ihr machen könnt. So, Freunde, und jetzt sind wir beim letzten Punkt. Und zwar, wie könnt ihr den neuen Brawler Otis denn jetzt direkt sogar gratis bekommen? Ich habe es bei fast den ganzen letzten Brawl Passen immer so gemacht. Ihr könnt tatsächlich heute wieder 5-mal eine 15-Euro-iTunes- oder Google Play-Karte komplett kostenlos bei mir gewinnen. Und dafür müsst ihr nur ein paar ganz kleine Sachen machen. Als allererstes, ihr müsst meinen Kanal abonnieren und als zweitens die Glocke aktivieren. Punkt 3. Gebt diesem Video jetzt einen fetten Daumen nach oben. Je mehr Leute hier mit diesem Video interagieren, desto mehr sehe ich, dass ihr Bock habt, diese Gewinnspiele auch beim nächsten Brawl Pass wieder dann zu bekommen. Und dann die letzte Sache, die ihr machen müsst. Schreibt einen Kommentar mit euren Kontaktdaten. Oder mit einer Kontaktmöglichkeit. Das Ganze kann Discord sein, Instagram, TikTok, Twitter oder eure E-Mail-Adresse. Aber bitte fragt vorher eure Eltern, ob ihr es einfach in die Kommentare schreiben könnt. Wenn ihr das Ganze erfüllt habt, lasst einfach einen Kommentar da. Ihr könnt mir zuhört sich auch nochmal auf Instagram schreiben, dass ihr alles erfüllt habt. Und euch allen viel Glück beim Gewinnspiel. Bis zum nächsten Mal.